Lasst uns mal ganz kurz nicht über »Ihr wisst schon was« reden. Also, was war eigentlich noch so los? Ja, es gab tatsächlich andere Nachrichten. Dass sie nahezu komplett im »Ihr wisst schon was« runtergegangen sind, sagt einiges über die journalistischen Relevanzkriterien aus. Wie auch immer. Hier kommen fünf fast übersehene Meldungen. Nr. 1. Joe Biden ist fast sicher der nächste Präsidentschaftskandidat der Demokraten. Im dritten Anlauf hat es der 77-Jährige geschafft. Er gewann die Vorwahlen in Florida, Illinois und Arizona gegen den letzten innerparteilichen Konkurrenten Bernie Sanders. Der wird in den USA als Kommunist gehandelt, weil er bezahlbare Wohnungen und Krankenversicherung fordert. Echt abgefahren. Kann Biden gewinnen? Wenn Trumps komplett Versagen wegen »Ihr wisst schon was« deutlich wird, vielleicht. Aber ehrlich gesagt, bei den Amis weiß man ja nie. Nr. 2. Die Vereinten Nationen warnen in Ostafrika vor einer Hungersnot. Grund ist eine Heuschreckenplage. Es hat dort ungewöhnlich viel geregnet. Beste Bedingungen für die Vermehrung der Heuschrecken. Die Schwärme sind riesig, fressen ganze Landstriche leer. Und bekämpft werden sie vor allem mit Pestiziden. Doch hier fehlt der Nachschub aus dem Ausland. Nr. 3. Acht Mitglieder einer rechtsextremen Gruppe mit dem Namen »Revolution Chemnitz« sind zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Das Besondere, die Typen waren zwar offen nationalsozialistisch und auch gewaltbereit, aber die Polizei beendete den Spuk, bevor die Neonazis wirklich etwas anrichten konnten. In der Zeit wurden sie als Terror- und Gurkentruppe bezeichnet. Das Gericht folgte mit dem zum Teil hohen Haftstrafen weitgehend den Anträgen der Bundesstaatsanwaltschaft. Nr. 4. Der europäische Gedanke wirkt ja inzwischen genauso lebendig wie eine deutsche Innenstadt. Aber die Europäische Union lebt und könnte bald wieder wachsen. Am Dienstag beschlossen die Europaminister der 27 EU-Staaten still und leise Aufnahmegespräche mit Albanien und Nordmazedonien. Übrigens bei einer Videokonferenz. Nr. 5. Vielleicht erinnert ihr euch, vor einem Monat stürmten gewaltbereitete Geflüchtete die türkisch-griechische Grenze. Was für ein Fest für Neonazis. Endlich hatten sie den Beweis. Die wollen hier rein und unser Land kaputt machen. Jetzt berichtet der Spiegel, dass die Türkei die Angriffe wohl mit inszeniert hat. Laut BND seien die Geflüchteten extra zur Grenze gefahren worden. Unter die Angreifer hätten sich außerdem türkische Sicherheitskräfte gemischt. Die Türkei bestreitet das. Und was haben wir noch vergessen? Die wichtigste Meldung überhaupt. Die, die unser Leben so sehr beeinflusst wie keine andere. Am Wochenende werden die Ohren umgestellt. Ihr kriegt schon raus, in welche Richtung. Die Sommerzeit sollte ja eigentlich schon seit zwei Jahren abgeschafft werden. Aber irgendwie geht da nichts voran, wegen, ihr wisst schon warum.